Hi liebe Leute ich bin's wieder Marc von RideFirst und ja heute das Thema warum man sollte man sich doch eher ein Mountainbike Hardtail zulegen statt ein Gravelbike und das ist natürlich ein vielschichtiges Thema und noch mal der Hinweis ich möchte auf keinen Fall jemanden Gravelbikes schlecht reden oder madig reden. Jeder der mich kennt weiß ich mag allein die Lenker und die Sitzpositionen nicht die ja vom Rennrad kommen ich komme ja vom Mountainbiken aber ich wohne in einer Region wo es sehr viele Forstwege sehr viele Schotterwege gibt und da passt mir ein normales Gravelbike auf wenn es einen normalen Lenk halt nicht. Deswegen möchte ich in diesem Video mal meinen persönlichen Hauptgrund wie gesagt neben dem Lenker und so weiter warum Gravelbiken für mich nicht und für viele andere nicht unbedingt das beste ist. Zwar man hat schmale Reifen mit relativ viel Luftdruck im Vergleich zu einem Mountainbike, weniger Traktion, keine Federung und die Forstwege, Schotterwege die wir hier haben im Mittelgebirge sind nicht so schön flach feiner Schotter, harter feiner Schotter wie man im Stadtpark hat oder so wo man echt super Gravelbike fahren kann sondern sobald du hier durch die Wälder und die Gegenden fährst hast du viele Rillen, viele dicken Steine, Furchen, Drainagen und ich bin einer ich will halt bergauf mit meinem Hardtail schön gemütig hochfahren und dann will ich halt bergab ein bisschen Spaß haben also auch wenn ich keinen Trail runter fahre ich fahre gern ja seit ich meinen ersten Marathon vor 21 Jahren gefahren bin Mountainbike Marathon halte ich gern mal so breite Wege runter und dafür brauche ich ein richtiges Rad und ich kann mit dem Hardtail ja trotzdem auch sportlich fahren ist ja nicht so dass das nicht geht nur ich sitze aufrechter ich habe bessere Bremsen, bessere Federung, mehr Traktion und kann dann halt trotz dieser Gegebenheiten die hier primär sind richtig schön Spaß haben und klar kann man auch die Challenge suchen das mit dem Gravelbike zu machen aber es ist auf jeden Fall noch mal eine andere Nummer und man kann nicht das Tempo fahren und ja ich mache dann kleine Bunnyhops über Rillen oder Manual über so ein Schottergeröll, hab da einfach richtig Spaß fühl mich sicher, hab Traktion und mit dem Gravelbike wäre das deutlich weniger spaßig also viele sagen vielleicht wenn man gar nicht so viel Trails fährt wäre langweilig aber jetzt die breiten Wege sind eigentlich voll spannend weil du viel mehr Linienwahl hast du hast oft breite Wege mit dann kommt man auch mal schnell auf ein paar mehr kmh und hat auch trotzdem ein bisschen ja ein bisschen Adrenalin und so auch wenn man jetzt nicht in Trails mit Sprüngen oder super technischen Kehren fährt also ich mag das gerne nur mit dem Gravelbike wäre es echt ein bisschen langweiliger habe ich schon probiert also Mountainbike Hardtail probiert es mal aus und guckt mal wie sind die Wege bei euch bevor ihr euch für ein Gravelbike entscheidet weil es doch auch sehr einschränkend sein kann je nach individueller Priorität schreibt mir in die Kommentare was ihr darüber denkt seid ihr eher Pro-Team Mountainbike Hardtail oder Pro-Team Gravelbike und es geht nicht um basierte Beine sondern einfach jetzt nur um das Material vielleicht fahrt ihr ja auch beides schreibt mal rein in die Kommentare ich bin gespannt bis dann und Kette rechts Ciao Marc Brodesser herzlich willkommen Hallo und herzlich willkommen ich bin heute in Olsberg mit Marc Brodesser Zeig mir der Marc Brodesser der gerade hinter der Kamera steht Deswegen ist ja Marc Brodesser heute bei uns schön dass du da bist Hallo Day 2 of our little snow adventure and Marc here has brought us some crazy snow bikes Marc Brodesser ist bei uns herzlich willkommen Tschüss Ciao Ciao